hallo ihr minecraft süchtigen sonderlinge und damit herzlich willkommen zurück erst mal kurz umdenken gerade gerade noch die kreis gespielt so da sind wir brauchen mehr stein haben wir festgestellt ich lege aber ob es jetzt los hallo ich habe nichts offen sonst jetzt geht's ja wenn man festgestellt wir brauchen mehr stein ganz kurz paar fackeln so nicht die ab von stein sondern jetzt ja dann legt man ja mal los holen uns ein bisschen stein hier und machen weiter wie habe ich habe heute die aufnahme schnell noch raus gehauen die eine folge gab es dann doch in einem stück raus gehauen die 20 minuten warum denn nicht und ich hatte viel vor in minecraft jetzt sind neue noch wir haben nicht so noch 30 folgen deswegen werde ich höchstwahrscheinlich eine memo hinterlassen wenn ich zurückkomme weil ich ein bisschen was in der welt verändern möchte so organisatorisch ich hätte zum beispiel liebend gerne so kleine häuschen überall in der welt stehen in denen dann die sind so ein bisschen versteckt dann vielleicht auch unter und ich weiß noch nicht genau wie ich es mache habe ich noch nicht darüber nachgedacht so kleine häuschen überall stehen die dann in denen dann einerseits zum beispiel ein ofen drinne steht eine zauberbank und also ein häuschen mit wirklich allround allem was man so braucht auch auch zaubertränke und so weil ich habe so wie wir haben zwar zaubertränke aber wir nutzen die irgendwie gar nicht weil gut zaubertränke sind cool aber sie sind das problem bei ihnen ist der aufwand für so ein zaubertränke ist viel zu groß wenn ihr da vielleicht einen coolen mod kennt mit dem man sich schon mal diese flaschen machen kann also diese es gibt ja man muss sich ja bevor man so drin gemacht vorher erst mal die die wie nennen die sich seltsam tränke basteln die man mit den never warzen bekommt und die zu machen dauert ewig entweder wir machen will ich meine folge gut die wir ein bisschen länger laufen lassen und ich habe nichts zu essen dabei na gut dann halt nicht und machen uns da mal so was ist ich 5000 oder wir müssen damit wirklich warten ich habe nichts zu essen kann ich nichts tun hier irgendwas euer herr mal weizen ich bin mal die ganze erde hier rein brauche ich eh nicht ach lol brot gut ihm nehmen 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 ne blanket ich weiß dass brot war jetzt eigentlich was anderes da aber wir haben dafür gebraucht und royer du mein welcher auf den le Speaker das funktioniert ja gar nicht weil ich kein holz mehr habe sonst habe ich auch nichts dann halt nicht so wir haben jetzt hier genau 1 2 3 4 4 form kriegt man jetzt noch eine hier rein da wohl das ist das glaube ich das mache ich glaube ich nicht die musik haben daraus aus dem hier das problem beim musik haben ist die sind nicht schön die sehen nicht cool aus deswegen würde ich die gerne irgendwo hinpacken muss keiner sieht das ist genau wie mit den never warzen die sehen nicht unbedingt dollar aus ich habe zwar eine gewerbung von der kleine never war zum fahren aber auch die würde ich gerne noch vergrößern so das muss jetzt natürlich noch wachsen hier das musee das muss anfangen sich vor zu pflanzen das wird eine weile dauern und hier hatte ich verlegt ob ich in eine bank rein baue vielleicht oder sowas so ein edles gebäude halt so ein bisschen abgetrennt mit steinen moment das kann ich mal probieren ob das wirklich so geht wie ich mir das vorstelle und da würde ich dann diesen zauber komplett weg machen der kommt sowieso weg der zauber zu kurz ist dann würde ich einfach direkt hier in der mauer rein ziehen so würde auch den ganzen zauber weg machen Scheiße es geht einfach nicht abgetrennt ich kann das machen aber ich kann auf einmal weg lara lange l allergy ich halunke higher aber kaffee mein kaffee noch trägungs oder kalt mein kaffee So, ich habe doch Seerosen gesammelt, ge? Genau. Das sind zwar jetzt nicht viele, aber es reicht auf jeden Fall schon mal für ein bisschen was. Mach's bei einer Seite fertig, da kenn ich mich auf einer Seite, dann kommt's nicht drin. So. Man könnte natürlich auch... Moment mal. Mürmännchen, einen Moment, du Papadore. Haben wir noch? Haben wir noch. Flup. Ich war das jetzt so. Okay. Dann hauen wir hier noch die... Boah, das regnet da draußen gerade an Strömen. So. Und dasselbe hier. Okay. Müssen wir auch schauen, wie wir das aussehen technisch dann regeln. Vielleicht mache ich genau an der Stelle dann auch noch mal so einen Stein hin. Und dann... Ach ja, natürlich. Warum nicht? Das ist eine gute Idee. Na, ihr werdet schon sehen, was ich jetzt vorhabe. So. So. Ich habe natürlich momentan nichts mehr. Äh... Machen wir das anders. Hä? Achso. Ähm. Brennen wir uns erstmal schnell ein bisschen Holzkohle. Lalalalalala. Habe ich noch zufällig Kies dabei? Ne, also es sieht ganz schlecht aus mit Kies. Also ich... Absolut keine Hoffnung. Oh. Wuhuuu. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich erlaube mir jetzt einfach mal einen Spaß. Habt ihr noch dabei, gell? Joa. Ich erlaube mir jetzt einfach mal einen Spaß. Und werde jetzt hier hinten... ...Müseel platzieren. Einfach Müseel platzieren. Oh, komm hier. Da einer hin. 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 Hier einer hin. Hier einer hin. Hier. 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 Da. Ich glaube ihr wisst schon, was ich wo habe. Wenn wir dann irgendwann mal... Keine Ahnung. Wenn wir dann irgendwann mal hier rüber schauen, ist hier eine riesen Müseel-Bank entstanden. Natürlich gewachsen. Einfach nur so. Würde ich mega feiern. So. Und wir legen euch das natürlich, dass wir mal wieder schlafen. Wenn die Zombies uns ja nicht stören bei der Arbeit. Gute Nacht. Und ich trinke einen Kaffee dabei. Beim Schlafen Kaffee trinken. Macht es besonders gut. So. Jetzt machen wir nämlich noch was. Und zwar mache ich jetzt diese... Hier mal... Habe ich denn noch... Gravel? Ich habe doch gerade zu viel Gravel gehabt. Achja. Ich baue jetzt mal hier so eine Bucht hin, wie ich sie mir vorstelle. Äh... Äh... Zwei... Fackel. So. 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 Und dann kann man die Wände jetzt einfach mal ganz grob hier mit einkleiden. Hier ist so ein bisschen Wasser drüber. Man sieht es schon. Huch. Wie gerne, machst gleich wieder sauber. Sauber vor allen Dingen Aber na gut So Na komm her Ich hole mal die Erde weg Ach hier ist eine Spinne Achso So Kommt jetzt einfach Ein Bett hin 23 Holzkohle Ich hab mit Zaun Holzkohle gemacht Warum nicht Mach keinen Mist Süße Noch kann ich dich leiden Hab ich gar kein Holz mehr Aber ich glaube ich noch Stein sehe ich gerade Warum habe ich den hier reingetan Keine Ahnung Ja Hier könnte man dann eine Befestigung bauen Moment ich muss gleich niesen Ich bin Vielen Dank.